so leute bei mir fliegt die burg nicht weil ich bin mitten in der burg gespawnt ich glaube der boden ist kaputt was ist hier passiert die burg fliegt einfach so alles kalt aber es ist eine schöne burg gemacht wenn man eine fliegende burg warum bist du sofort dahin ach so nee das sollte so eine welt sein sollte so eine welt sein so die hügeliche weg beziehungsweise ich bin auch in der alten burg es sollte so eine hügeliche welt sein aber es besser gewesen so wo ist die andere burg ich glaube das ist keine burg das ist eine stadt wo bist du du bist du bist du bei einer burg noch bist du bei dieser eine burg noch ja warte ich gucke mal wieder wo die ist ich sehe sie nicht mehr ach seh dich ach da ok die sieht man sofort gell guck das ist eine fliegende burg ich habe eine fliegende burg erschaffen ich glaube wir müssen hier weiter bauen mit holz und so danke für den Sinn danke sieht zwar komisch aus weil die blöcke fliegen gell wo bist du ich umkreise hier gerade alles die fackeln sehen cool aus welche fackeln wo fliegen oder warum auch immer hier dunkler wird hier ist nicht dunkel hier ist hell mein gott draußen wird grad dunkel aber nicht hier sondergang es ist so romantisch fiel bloß noch die blumenwiese und ein picknick da du bist ein mädchen ja bin ich lesbisch weil ich selber als mädchen da bin kann man musik machen die musik geht nicht mal das ist da die lichter gehen grad an die lichter gehen grad an die lichter gehen grad an das ist bemerkend das ist ein zombie das ist ein zombie das ist ein zombie ich habe auch nichts gesehen bloß das was kaputt gegangen ist das ist kaputt gegangen mach hier nicht die burg kaputt die fliegende burg die ist heilig die ist heilig die ist heilig aber die eben ich bin zu fit halte 3 beise im weg benn hier gäts nicht durch hier gibt's nicht hoch also ich komm nicht hoch ich komm nicht hoch bei jeden Fall zu fallen ich komm nicht hoch ok jetzt komm ich hoch ok jetzt komm ich hoch und da ist nix Ich bin in ein Haus reingekommen. Vielleicht soll es ja ein Kamin oder so sein. Ein komischer Kamin. Ein Esel. Bei mir hängt es gerade ein bisschen. Mach mir nicht das hat kaputt. Du Fischmongo. Das holt dich nicht. Bäm. Lager Mann. Schäm dich. Geh einfach in mich rein. Was heißt ja eh in dich, dumme Imi. Nur ich glaube, das heißt nicht so lange, dass ich in dich reingehe. Mir hängt es. Es packt und rugelt und alles mögliche. Ach so, ich hab was zu machen, Junge. Das war ich nicht. Das war fast ähnlich. Ich kasse. Komm schon, komm schon. Gut gemacht. Klar, das wollte ich wenn es nicht. So. Das ist ein Küper. Oder? Nimm die Spenne. Verwirgst du mich? Vielleicht. Du bist nicht dabei. Stuckerin. Wollen wir nach der Burg auskundschaften? Ja, kann ja. Aber dann müssen wir wieder weiter weg gehen. Das ist unsere Test. Wo die Burgen hinkommen gehen müssen wir. Also wir gehen. Ähm. Da. Die bleibt sich auch. Hier. Genau. Genau. Hier. Alles klar. Oder warte ein bisschen weiter weg. Wir gehen dahinten. Und die andere Port. Von ersten. Okay. Hier. So muss ich wieder rausgehen. Jetzt schwebt sie so. Wieder so ein Schloss am Himmel. Muss ich mir vorstellen. 30. So 30. Ähm. Höhere so. Traumberuf Wirklichkeit bei den Paracelsus Heilpraktikerschulen. Machen Sie Ihren Traumberuf jetzt wahr. Echt. Soll ich's. Soll ich's machen. Soll ich's. Aua. Jetzt dürfen wir wieder den Eingang suchen. Bist du drinnen? Ey, was ist hier los? Achso, das ist die Schwede. Die ist größer. Junge. Ähm. Ja. Die ist viel größer. Huh. Wie groß ist die? Okay. Die geht in unsere Burg richtig rein. Alter Fenne. Die geht in unsere andere Burg rein. Und ich hab mir sag schon so viel Platz genommen und dann kommt einfach diese Burg. Alter Fenne ist die riesig. Aber dafür sieht's voll geil aus von innen so Wasser und so. Okay, jetzt müssen wir den Eingang suchen, Mädel. Was willst du denn, Mädel? Was willst du denn, Mädel? Was willst du denn? Ich nehm dich, Mädel, weil du Mädel bist. Du bist doch Lager dazu. Zeig ruhig, Mädel. Ich hab den Eingang gefunden mit Lava. Cool. Oh mein Gott, da ist Lava. Ja. Im Boden ist Lava. Ja. Ja. Und da ist ein Zombie. Wo ist Lava? Zombie macht Backdance. Zombie hat Backdance gemacht. Zombie macht Backdance oder ich töte dich. Toll. Toller Raum. Echt toll. Wo bist du? Da warst du wieder am Ruggelnisch. Ich seh dich. Eh eh. Der Spalt ist zu eng. Wo ist das? Zu eng. Guck mal, jetzt komm ich locker rüber. Guck, ich bin locker rüber gekommen. Guck mal, ich bin drinnen. Jupp. Oben geht's weiter, wie ich seh. Ich hab Schluck auf. Hab jetzt die Boten geil gemacht, gell? Ja. Lass dir nicht hin im Boten. Oh mein Gott, da sind Zelle noch. Da kommst du rein. Lara, komm. Da ist ein Creeper drinnen. 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 Ein Creeper ist ein Gefangenen. Ich erkläre euch zu meinem Gefangenen. Lass dir doch schon. Ja komm, ich sperre dich auch noch rein. Ich bin hier die Prinzessin, also. Oh, da geht's weiter. Ich bin die Prinzessin von Liligkeit. Was von Liligkeit? Ah, shit. Nur weil ich jeder bin da. Okay, da sind auch nur Gefangene. Wo ist mein Schlafplatz? Da sind nur Gefangene Räume, Alter. Das ist alles so Mist. Das ist kein Schloss, das ist ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Du hast ein Gefängnis ausgemacht? Manuel! Dein Gefängnis! Da ist sogar so ein Geldzeichen. Wo? Ja. Tatsächlich. Das ist ein Dollarzeichen. Du hast dir ein Gefängnis ausgesucht. Aber ein riesen Gefängnis. Wo ist dich das? Ja komm wir, wir suchen jetzt eine andere. Gieß mal. Warte, das sieht doch wie ein Haken. Nach was sieht es dir aus? Was? Irgendwie so ein Schlüssel irgendwie. Also für mich sieht das aus wie ein Schlüsseler drin. Ja, wie so ein Schlüssel. Weißt du was jetzt geil wäre? Das war geil. Okay, jetzt habe ich wieder ein paar Zentimeter. Diesmal nehme ich einen längeren Abstand. Und so wieder eine Burg aus. Schloss oder Gefäß. Okay, diesmal gehe ich weiter weg. Ich bin noch gefangen. Warte, ich sehe dich. Warte, bist du? Warte. Da brennt ein Baum oder sowas. Wo brennt ein Baum? Da brennen Blöcke ab. Ja, ich sehe keinen. Wo bist du? Ja, hier. Ich sehe dich nicht. Warte, ich bin hinter dir oder vor dir. Da brennen Sachen ab. Ja. Komm. Wir brauchen jetzt einen großen Abstand. Den Abstand muss jetzt reichen, hoffentlich. Wir sehen dich schon nicht mehr. Ja. Ja, mach vor. Ich sehe aber noch ein bisschen mehr. Sicher? Man weiß ja nie. Was von der Burg kommt? Oder Gefängnis? Ich mache. Ich mache an der Anflug. Ich hatte die 17. Okay. Mal. igew alles heal hier. Von der Strach. Ja, ich weiß wir es nicht mehr sehen wie sein. Vielen Dank.